Willkommen zur nächsten Schatzsuche in Forza Horizon 5 und zwar Zoom Zenvos, ich habe den von 2019 genommen, es gibt nur zwei Stück, den Zenvo TSRS, den habe ich genommen, funktioniert aber auch der andere, das ist ja egal und da sollte man hier oder muss man einfach hier diesen Blitzer fahren, drei Sterne mit 362, der ist hier unten auf der Karte, also ziemlich weit links Den werde ich jetzt einmal durchfahren Ich bin nicht verpasst, genau Dann gehe ich einfach mal da hin Ich kann ja noch den kleinen Hinweis, kann man ja noch angucken Aber ich schätze mal, das wird da irgendwo in der Mitte sein Genau, ja Müsste unter so einer Dings sein hier Irgendwo hier drunter Ach, da ist sie schon Da Direkt am Anfang Ja, die befindet sich dann hier Die Kiste So, dann gibt es noch die wöchentliche Herausforderung und die Fotoherausforderung Das war es dann hier mit diesem Video Bis zum nächsten Mal Das war es dann hier mit dem Video 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 Das war es dann hier mit dem Video